Guten Abend bei Kripo Live, meine Damen und Herren, danke, dass Sie auch am Ostersonntag dabei sind. Etwa ein Jahr haben wir darauf gewartet, dass wir Ihnen diese Fotos zeigen können. Jetzt ist es soweit, die Kripo Görlitz fahndet bei Kripo Live mit den Bildern nach einer Frau und zwei Männern, die zwischen Juni 2018 und Januar 2019 in Görlitz, Heidenau, Kamenz und Dresden mit Betrügereien in Banken aufgefallen sind. Eine Überwachungskamera dokumentiert, wie dieser Mann eine Filiale der Deutschen Bank in Görlitz betritt. Er gehört zu einer Betrügerbande, sein Ausweis ist gefälscht und er gibt sich als Kontobevollmächtigter oder Geschäftsführer tschechischer Firmen aus. Selbstbewusst hebt er von den Konten der Firmen Geld ab. Im Juni und Ende 2018 und Anfang 2019 ist es in Görlitz, Kamenz, Heidenau und Dresden zu insgesamt sechs Fällen von versuchten und auch vollendeten Betrügen in Geldinstituten gekommen. Schon mehrfach standen Geldinstitute in Görlitz und Umgebung im Visier tschechischer Betrüger. Seit mehr als zehn Jahren gibt es hier immer wieder Fälle dieser Betrugsmasche. In dieser Filiale der Deutschen Bank am Demianiplatz meldet sich am 19. Juni 2018 der gesuchte Mann am Schalter. Gegenüber einer Bankangestellten versucht sich der Betrüger mit einem Ausweis zu legitimieren. Der Ausweis ist gefälscht. Mitarbeiter der Firma, geschweige denn Geschäftsführer, ist der Mann nicht. Die Täter gaben sich in allen Fällen als Geschäftsführer oder Kontobevollmächtigte von tschechischen Firmen aus. Sie händigten den Mitarbeitern tschechische Personaldokumente aus und wollten auf diese Weise Geld abheben von den Geschäftskonten. Der Betrüger aus der Bank in Görlitz schlägt mehrfach zu. So auch in Kamenz im Landkreis Bautzen. Am 27. Dezember 2018 erbeutet er in zwei Sparkassenfilialen insgesamt 10.000 Euro. Auch in drei weiteren Geldinstituten taucht der Gesuchte hier mit einem Komplizen wieder auf. Rechtsanwalt Jens Belter erklärt, warum es möglich ist, nur mit einem Personalausweis an Geld von einem Konto zu gelangen. In den Bankvorschriften steht, wenn man sich da ausweist und sagt, ich bin der Kontoinhaber, ich möchte bitte 2.000 Euro abheben, dann muss die Bank das machen. Die muss nur überprüfen, ist der, der da kommt, derjenige, dem das Konto gehört und der den Ausweis hat. Und wenn das alles so zusammenpasst, muss die Auszahlung erfolgen. Heidenau. Ein weiterer Fall. Tattag ist der 8. November 2018. In einer Sparkassenfiliale hebt eine Frau 2.500 Euro ab, mit einer Geldkarte. Als angebliche Kontobevollmächtigte, hat sie die Karte zur Bargeldabholung von der Sparkasse erhalten. Aber wie gelangen die Betrüger an die Firmendaten? Der Schlüssel sind die Internetauftritte. Dort stehen oft Kontodaten der tschechischen Firmen und die Namen der Geschäftsführer. Und diese sind nahezu immer kontoberechtigt. Es wird also ausgekundschaftet, wie ist die Kontonummer, wer ist der Verfügungsberechtigte, wie sieht die Unterschrift aus. Dann werden diese Ausweise nachgemacht, dann wird zur Bank gegangen und das Geld einfach abgeräumt. In insgesamt drei Fällen ist den Tätern der Betrug gelungen. Dies war in Heidenau und zweimal in Kamenz der Fall. Der Gesamtschaden liegt bei insgesamt 12.500 Euro. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zu weiteren Betrugsversuchen im selben Tatzeitraum. So betritt am 20. September 2018 ein Pärchen eine Sparkassenfiliale in Zittau. Der Mann und die Frau erkundigen sich zunächst nach dem Kontostand einer tschechischen Firma und legen dann diesen Personalausweis vor. Doch der gefälschte Ausweis wird in der Bank erkannt. Daraufhin verlässt das Betrügerpaar die Filiale sehr schnell. 50 Minuten später in Hernhut. Hier taucht das Betrügerpärchen in dieser Sparkassenfiliale auf. Erneut versuchen die beiden am Schalter mit weiteren gefälschten Ausweisen das Geld tschechischer Firmen abzuheben. Doch auch hier sind sie erfolglos. Die Vorgehensweise in den verschiedenen Fällen ist tatsächlich ähnlich. Wir schließen daher einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen nicht aus und schließen das in unsere Ermittlungen ein. Die Polizei sucht nach den Personen auf den Überwachungskamerabildern. Möglicherweise halten sie sich des Öfteren im Landkreis Görlitz auf. Die Fahndung jetzt in Kripo live. Die tatverdächtige Frau war etwa zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie hatte langes Haar mit gebleichten Spitzen und einem dunklen Ansatz. Außerdem trug sie eine dunkel gerahmte Brille, eine Jeans mit weißem Gürtel, braune Stiefel und eine braune Jacke. Einer der Männer, etwa 35 bis 45 Jahre alt, trug sein Haar sehr kurz und hatte einen Vollbart. Seit mundmaßlicher Komplize war zwischen 40 und 50 Jahre alt und hatte langes, dünnes, mittelbraunes Haar. Er trug eine dunkle Brille. Jetzt geht es wieder einmal um Planenschlitzer, die es auf Parkplätzen auf LKW-Ladungen abgesehen haben. Im folgenden Fall haben sie mehr als 100 Fahrräder auf einen Schlag gestohlen. Täter, die nachts von LKW die Ladung stehlen. Nahezu täglich erscheinen wieder mehrfach Meldungen wie diese in Mitteldeutschland. Gestohlen werden meist hochwertige Güter in großer Stückzahl. Die Täter sind Ladungsdiebe, sogenannte Planenschlitzer. Im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt beobachtet man die aktuelle Entwicklung mit Sorge. In den letzten Tagen haben wir wieder einen leichten Anstieg von Angriffen auf LKWs entlang der Autobahnen in Sachsen-Anhalt feststellen können. Das betrifft bei uns also die A2, die A9 und die A14. Ein Tatort, der Parkplatz an der A9 Köckern-Ost in Fahrtrichtung Berlin. Betroffen ist der LKW einer Spedition, der vollbeladen von München durch Sachsen-Anhalt mit Fahrtziel Potsdam unterwegs ist. In der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2021 macht der Fahrer auf dem Autobahnrastplatz eine Pause. Er verbringt wie die allermeisten seiner Kollegen die Nacht größtenteils im Fahrerhaus seines LKW. Doch das schreckt die Planenschlitzer nicht ab. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befand sich der Fahrer zur Tatzeit in seinem Führerhaus. Warum er von der Tat selbst nichts mitbekam, ist derzeit noch unklar. Irgendwann in der Nacht kommen die Täter. Sie schlitzen die Plane an einigen Stellen auf, um zu sehen, welche Ladung auf dem LKW ist. Alles ist genau geplant. Und läuft immer nach demselben Muster ab. Typisch ist als Vorgehensweise, dass zunächst kleinere Gruppen Autobahnrastplätze ausspionieren. Dort Probeschnitte an LKW-Planen vornehmen. Das heißt, kleine Schnitte von ca. 20-30 cm werden an den Planen vorgenommen. Mit Taschenlampen wird der Innenraum ausgeleuchtet. Unter Umständen wird an den Verpackungen erkannt, welche Ware sich da drauf befindet. Und wenn sie den Tätergruppen für interessant erscheinen, kommt eine weitere Gruppe dazu. Die kommen dann mit Kleintransportern. Die Schlitze werden größer oder unter Umständen wird die Plane großflächig geöffnet. Und innerhalb von kürzester Zeit werden die Waren entwendet, umgeladen. Und nach zwei, drei Stunden befinden sich die Waren bereits im Ausland. Genau so ist auch mit ziemlicher Sicherheit die Tat auf dem Autobahnrastplatz Köckern-Ost abgelaufen. Die LKW-Ladung hier bestand aus 130 Fahrrädern und E-Bikes. Aufgrund der Vielzahl der entwendeten Fahrräder gehen wir davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Diese müssen zudem über mehrere Fahrzeuge verfügt haben, die wahrscheinlich neben der Aufnahme der Ladung auch für Ausspäh- und Wachposten genutzt wurden. Nur noch wenige Kisten mit eingepackten Fahrrädern sind auf dem LKW zurückgeblieben. 115 Räder sind gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt rund 84.000 Euro. Doch auch wenn der Schaden in nahezu jedem Fall enorm ist, rät die Polizei betroffenen LKW-Fahrern zur Vorsicht. Die direkte Konfrontation mit den Tätern sollte unbedingt vermieden werden. Wir raten mit Nachdruck dazu, dass etwaige LKW-Fahrer sich den Täter nicht selbst in den Weg stellen. Vielmehr sollten sie auf Kommunikationsmittel zurückgreifen. Das bedeutet erstens, zeitnah die Polizei zu informieren und zweitens gegebenenfalls die Täter zu fotografieren oder zu videografieren. Dies könnte auch für ein späteres Ermittlungsverfahren wichtige Beweismittel liefern. Der Kampf gegen die Planen-Schlitzer ist ein europaweiter Kampf. Die organisierten Banden stammen zumeist aus Osteuropa. Das sind Bilder von Festnahmen einer Planen-Schlitzer-Bande in Polen. Einer der Erfolge des Pilotprojektes Cargo, welches bis Ende 2020 unter der Leitung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt geführt wurde. Seit der Bildung des Projektes Cargo, sprich in den Jahren 2019 und 2020, wurden die Fallzahlen um über 50 Prozent reduziert. Und der Schaden ging im Jahr 2020 bis auf 1,5 Millionen Euro zurück. Die Polizei registriert mittlerweile wieder eine Zunahme der Planen-Schlitzer-Fälle. So auch auf dem Rastplatz Köckern an der A9. Diesmal werden über Nacht 176 Fernseher im Wert von 97.000 Euro gestohlen. Ob es dieselben Täter wie die Fahrraddiebe waren, ist unklar. Die Polizei fragt, wer hat in der Nacht vom 23.02. zum 24.02. von Dienstag auf Mittwoch auf dem Autobahn-Rastplatz Köckern-Ost an der A9 Richtung Berlin etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnte. Hinweise bitte an die Leitstelle des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes, Telefon 0340-21-09-291. Und jetzt Kripo Live Kompakt. Magdeburg. Das Krankenhaus St. Marienstift. Hier dringen am 12. März 2021 Unbekannte ein und stehlen ein vergoldetes Kreuz. Wir haben für alle, die gerne in die Kapelle hineinkommen, die Kapelle den ganzen Tag offen. Und jeder hat also die Gelegenheit, hier zur stillen Einkehr sich hinzusetzen oder zu beten. Und von daher ist also auch eine Möglichkeit, schnell mal was wegzunehmen. Der Wert des Kruzifixes beträgt circa 3000 Euro. Wir haben ja die Möglichkeit, so ist es bei uns auch, dass wir dreimal am Tag gemeinsam hier in der Kapelle beten. Und dann ist das Blick auf das Kreuz immer auch für uns etwas Wichtiges. Und von daher ist es eben besonders traurig, wenn wir dieses Kreuz hier nicht mehr stehen haben. Die Ordensschwestern hoffen, dass die Person, die den Diebstahl begangen hat, das Kruzifix zurückbringt. Für Ihre Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 329 5. Sondershausen-Groß-Furra. Diese Katze wurde Opfer von Tierquälern. Am 23. Februar 2021 ist das Tier wie immer draußen unterwegs, als es Opfer eines Angriffs wird. Eine unbekannte Person schießt mit einem Luftgewehr auf die Katze, die dadurch schwer verletzt wird. Die Besitzerin bringt das Tier zu einer Tierärztin, die der Katze ein Diabolo-Geschoss aus dem Rücken entfernt. Die Katze wurde in der Gegend Burgmühlenstraße in Groß-Furra angegriffen. Wenn Sie etwas gehört oder gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Sondershausen unter der Telefonnummer 03632 6610. Ende letzten Jahres hat Kripo Live über zwei Einbrüche in Lutherstadt Eisleben berichtet. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Die Fälle sind aufgeklärt. Aber trotzdem bittet die Polizei um ihre Hilfe. Denn beim Täter wurde Diebesgut gefunden, dessen rechtmäßige Eigentümer gesucht werden. Am frühen Morgen des 19. Juli 2020 sendet die Überwachungskamera eines Hauses in Lutherstadt Eisleben. Diese Bilder an den Hausbesitzer Max Krull. Der ist zu dieser Zeit im Kurzurlaub. Als er die Aufnahmen sieht, fährt er sofort nach Hause und ruft die Polizei. Bei seiner Ankunft ist der Täter längst weg. Die Überwachungskameras auch. Denn der Täter hat sie abmontiert, bevor er die Tür zum Haus aufbricht. Als wir hier angekommen sind, haben wir es dann leider gesehen. Die Tür stand auf und die ganze Wohnung wurde durchsucht. Der Täter nahm alles mit, was sich zu Geld machen lässt. Teil seiner Beute sind unter anderem mehrere Spielkonsolen, über 50 Videospiele, ein Fernseher und Bargeld. Seine Beute hat er in einen Transporter verladen und damit den Tatort verlassen. Auf den Fotos vom Morgen nach dem Einbruch ist zu sehen, dass der Täter die komplette Wohnung durchwühlt hat. Die Haustür ist so zerstört, dass sie ersetzt werden muss. Dem Hauseigentümer entsteht ein Schaden von circa 11.000 Euro. Am 29. November 2020 berichtet Kripo Live über diesen und einen weiteren Einbruch in Eisleben, hinter dem die Polizei denselben Täter vermutet. Eine Frau aus Eisleben sieht die Sendung und stellt erschrocken fest, dass ihr der Täter bekannt vorkommt. Zwei Tage nach der Ausstrahlung entscheidet sie sich, die Polizei zu informieren. Über die Homepage der Sendung findet sie die Telefonnummer und gibt an, was sie zur gesuchten Person weiß. Der Hinweis der Zuschauerin war sehr maßgeblich für die Aufklärung. Wir haben einen Wohnungsdurchsuchungsbeschluss erwirken können für die Täterwohnung. Wir haben dort den Täter auch angetroffen. Die Durchsuchung erbrachte sehr viel Diebesgut, was wir verschiedenen Wohnungseinbruchsdiebstählen zuordnen konnten. Unter den gefundenen Gegenständen waren auch einige Geräte und Spiele von Max Krull. Den weitaus größeren Teil, der bei ihm gestohlenen Sachen, hatte der Dieb schon verkauft. Trotzdem ist Max Krull froh, dass der Täter ermittelt ist. Der zweite Gedanke war, kenne ich die Person, möchte ich wissen, wer es war und war dann aber trotzdem sehr erleichtert, dass ich die Person nicht kenne. Aber es ist erschreckend, wie nah die Person eigentlich hier in der Gegend wohnt. Der Täter ist ein 40-jähriger Mann aus Eisleben. Durch das sichergestellte Diebesgut konnte ihm die Polizei bisher elf Einbrüche in der Stadt nachweisen. Außerdem fünf Abhebungen mit einer gestohlenen Kreditkarte. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden auch mehr als 300 Schmuckstücke sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass sie aus weiteren, bisher nicht bekannten Straftaten des Mannes stammen. Denn nur wenige Schmuckstücke konnten Geschädigten zugeordnet werden. Wir hatten die Geschädigten bei uns auf der Dienststelle. Hierbei war ein sehr emotionaler Moment auch dabei. Eine ältere Dame, über die 80 Jahre, die ihren persönlichen Schmuck wiedergefunden hat, wiederentdeckt hat und äußerst dankbar war und auch sehr den Tränen nahe war. Und sie hat mich gebeten, Ihnen und den Zuschauern den Dank auszurichten, dass sie für die Aufklärung oder dass sie zu der Aufklärung beigetragen haben. Die Polizei möchte die Schmuckstücke an ihre Eigentümer zurückgeben. Wenn Ihnen hier etwas bekannt vorkommt und Sie Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Lutherstadt-Eisleben. Telefon 03475 670 293. Bestellen Sie auch gern im Internet. Durch Corona boomt der Online-Handel um rund 20 Prozent nahm der im vergangenen Jahr zu. Von diesem Wachstum wollen auch Internet-Betrüger profitieren, wie uns auch eine Zuschauerin schrieb, die uns auf eine spezielle Masche bei eBay Kleinanzeigen aufmerksam machte. Platz schaffen im Haus für eine neue Couch. Das ist der Plan von Beatrice Zuttnick. Deshalb erstellt sie ein Verkaufsangebot bei eBay Kleinanzeigen für ihre alte, noch gut erhaltene Sitzgarnitur. Schnell sind ein paar Fotos davon gemacht. 200 Euro soll die Couch noch bringen. Nach kurzer Zeit hatte sich dann auch ein erster Interessent gemeldet. Wir wurden uns auch relativ schnell über den Preis einig. Und er sagte mir, dass er auf einem Schiff arbeite und deswegen nicht in der Lage sei, die Couch selber abzuholen. Aber er würde quasi ein Transportunternehmen besorgen, was dann die Abholung veranlasst. Der Interessent führt die Kommunikation mit Beatrice Zuttnick nun per E-Mail weiter. Er schreibt, Probleme mit seinem Konto zu haben und bittet um eine Vorabüberweisung von Transportkosten in Höhe von 490 Euro. Nicht an ihn selbst, sondern an einen Dritten mit belgischer Bankverbindung. Sein Name? Ayodeshi Schmitz. Die enormen Transportkosten will der Interessent zusammen mit dem Preis für die Couch angeblich per Paypal zurückzahlen. Misstrauisch bin ich dann quasi ab dem Zeitpunkt geworden, wo quasi kein Geld auf meinem Konto ankam. Und in der E-Mail-Korrespondenz stand dann auch noch, ob ich ein christlicher Mensch sei. Und da solle ich doch daran glauben, dass alles gut geht, dass ich dann wirklich das ganze Geld zurückbekomme. Also, dass das den Kaufpreis zuzüglich dieser Frachtkosten. Und dann dachte ich, also es kam mir alles zu sehr, ja, es war etwas zu sehr aufgesetzt. Also für mich zumindest, für meine Begriffe. Beatrice Zuttnig erkennt den Betrugsversuch und bricht das Geschäft ab. In der eBay-Zentrale in Berlin kennt man die Betrugsmasche mit eBay-Kleinanzeigen und warnt vor Auslandsgeschäften. Wir sind dafür gedacht, dass man lokal in seiner Nachbarschaft handelt. Wenn also jemand sich meldet aus dem Ausland und sagt, ja, bitte verschickt die Ware nach Großbritannien beispielsweise, dann sollte ich hellhörig werden. Weil erstens, warum sollte der Interesse daran haben, etwas für viel Geld verschickt zu bekommen, wo er es doch wahrscheinlich bei sich auch jederzeit verfügbar hätte. Und B, so sind wir einfach nicht gedacht. Erfahrungen mit Betrug bei eBay-Kleinanzeigen machte auch der leidenschaftliche Computerspieler Dominik K. Vor der Kamera möchte er unerkannt bleiben. Vor einigen Wochen ist Dominik K. auf der Suche nach einer neuen Spielkonsole, einer Xbox Series. Er gibt eine Suchanzeige auf und bietet 230 Euro. Schnell meldet sich ein Verkäufer. Guten Tag, bist du noch auf der Suche? Moin, ja, ich suche immer noch. Der Verkäufer schickt daraufhin diese Fotos. So wie ich das sehe, ist die noch original versiegelt, oder? Genau. Für 220 Euro kaufe ich die sehr gerne. Nun erklärt der angebliche Verkäufer, dass sein Konto gepfändet sei und er deshalb das Konto einer Verwandten nutzen will. Also meine Tante hätte noch ein zweites Konto. Sie weiß aber nicht, ob dies noch aktiv ist. Vielleicht können sie versuchen, einen Cent drauf zu senden. Das erste Konto, das angegeben wurde, konnte ich nicht überweisen. Scheinbar gab es das nicht oder nicht mehr. Und auf das zweite Konto, das hat funktioniert dann. Das war dann der angebliche Vater. Es war auch irgendwie wichtig, dass es eine Echtzeitüberweisung war, dass das Geld sofort drauf war und das sofort abgeholt werden konnte. Ja, das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte mir, das ist ein gutes Angebot, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wer weiß, ob ich das nochmal kriege. Nachdem Dominik K. die 220 Euro überwiesen hat, wird er hingehalten. Dann bricht der Kontakt ab. Die Xbox erhält er nicht. Dominik K. erstattet Strafanzeige. Die Polizei in Stendal ermittelt wegen Betruges. Wenn am Ende der Preis zu günstig sind, dann sollten die Alarmglocken wirklich schon anschlagen. Und man sollte sagen, hier stimmt irgendwas nicht, hier ist etwas faul und das kann so nicht stimmen. Die Polizei rät, beim Handel ist persönlicher Kontakt immer am sichersten. Also Vorsicht, wenn der Kaufpreis einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Informationen und Telefonnummern zu den aktuellen Fahndungen finden Sie wie üblich auf unserer KripoLive Homepage und im MDR-Tag, Seite 377. Vielen Dank für Ihre Mithilfe und morgen einen schönen Feiertag. Machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF, 2020 MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020